Kinder schmeißen so viele Sachen, danach darf ich in den Müll schmeißen, nicht nimmer raus. Heute haben wir Schlangen gefunden, Papier, Schuhe, Cheats, Saft. Dann haben wir angefangen, ich und meine Freunde, haben wir eine Tüte genommen, dann haben wir erst mal gesagt, wir sind die Weihnachtsmann. Wir haben heute eine Müllaktion gemacht und es war total cool. Weil es schön aussieht, weil wir die ganze Heim anräumen wollen. Wir haben alles zusammen, so wie eine Familie. Gras habe ich gefunden, Papier, alles. Und wir haben die Müll da gebringt, draufgegangen und Mögel gesammelt. Und da sind wir hier gekommen, haben Pinguin gebastelt, dann alles wieder aufgeräumt und ein paar Fotos gemacht. Wir haben schon das einmal gemacht, einen Fuchs und heute haben wir einen Pinguin gemacht. Ich mag sehr Pinguinen, aber weil, weil ich will einen haben, viele haben. Jungs, ja, das habe ich toll. Untertitelung des ZDF, 2020